Durch Steinschlag, Feuchtigkeit und Schmutz sind Fahrzeugunterböden einem erhöhten Korrosionsbefall ausgesetzt. Vor allem an blanken Stellen und Blechkanten beginnt die Karosserie oftmals zu rosten. Die Unterbodenschutz- und Hohlraumversiegelungsprodukte von Liqui Moli vermindern die Gefahr der Durchrostung und die dadurch bedingte Schwächung gewisser Bauteile. Für den Unterbodenschutz bieten wir ein breites Spektrum an Produkten auf Wachsbasis, bitumen- bzw. bitumenfreier Basis und auf Kunstharzbasis. Für deren optimale Verarbeitung sorgen unsere speziell darauf abgestimmten Werkzeuge. Bevor Sie mit der Anwendung beginnen, muss der Fahrzeugunterboden von jeglichen Schmutz sowie Öl- und Fettrückständen befreit werden. Lassen Sie den Unterboden anschließend trocknen. Sollte an den zu behandelnden Flächen Rost vorhanden sein, ist dieser weitestgehend zu entfernen. Ist das Fahrzeug entsprechend vorbereitet, heben Sie es an den dafür vorgesehenen Punkten an. Demontieren Sie alle vier Räder und decken Sie anschließend alle Bauteile ab, die nicht mit dem Unterbodenschutz beschichtet werden sollen. Beispielsweise die Bremsanlage, den Auspuff und die Kardanwelle. Ziehen Sie eine geeignete Schutzausrüstung, bestehend aus Overall, Handschuhen, Atemschutz und Schutzbrille an. Wählen Sie nun das passende Liqui Moly Unterbodenschutzprodukt aus und schütteln Sie es für mindestens eine Minute gut durch. Öffnen Sie den Sicherheitsverschluss und schrauben Sie die Dose in die Druckbecherpistole oder in die Spritzpistole. Verbinden Sie die Druckbecher bzw. Spritzpistole mit einem geeigneten Druckluftschlauch. Der Betriebsdruck muss zwischen 2 und 6 Bar betragen. Sollten Temperaturen unter 15 Grad Celsius bestehen, empfehlen wir die Dose vor der Verarbeitung zu erwärmen. Tragen Sie nun den Unterbodenschutz mit gleichmäßigen Bewegungen und in mehreren dünnen Schichten auf die Oberflächen auf. Achten Sie darauf, dass Kanten und Überlappungen von Blechteilen komplett bedeckt werden. Im Bereich des Seitenschwellers oder der Front- und Heckschürze verwenden Sie den Steinschlagschutz von Liqui Moly. Mittels der speziellen Druckbecherpistole können durch Luftzufuhrregulierung an den entsprechenden Stellschrauben verschiedene Oberflächenstrukturen aufgetragen werden. Um den Korrosionsschutz zu vervollständigen, sollten die vielen Hohlräume des Fahrzeugs, in denen sich mit der Zeit Korrosion bilden kann, ebenfalls geschützt werden. Hierfür eignet sich besonders unsere Hohlraumversiegelung in Kombination mit unserer Hohlraumdruckbecherpistole. Schütteln Sie das Gebinde kurz durch, öffnen Sie den Sicherheitsverschluss und füllen Sie die Hohlraumversiegelung in den Aluminiumbehälter der Hohlraumdruckbecherpistole. Verbinden Sie diese anschließend mit einem geeigneten Druckluftschlauch. Beachten Sie dabei, dass der Betriebsdruck zwischen 2 und 6 Bar betragen muss. Verschaffen Sie sich anschließend Zugang zu den entsprechenden Fahrzeughohlräumen und tragen Sie die Hohlraumversiegelung flächendeckend mit Hilfe der Haken- bzw. flexiblen Nylonsonde auf. Auch hier empfehlen wir bei Temperaturen unter 15 Grad Celsius die Dose vor der Anwendung zu erwärmen. Entfernen Sie nach Beendigung der Arbeiten alle Abdeckungen, montieren Sie die Räder nach Herstellervorgabe und lassen Sie das Fahrzeug wieder ab. Warten Sie vor der Inbetriebnahme des Fahrzeugs die im Produktdatenblatt aufgeführte Trockenzeit ab. Zur abschließenden Reinigung der Druckbecher bzw. Spritzpistole eignet sich unser Reiniger und Verdünner optimal. Sollten Sie eine Aerosoldose verwendet haben, sprühen Sie diese nach dem Gebrauch über Kopf aus. Der Unterboden des Fahrzeugs ist nun vollständig vor äußeren Einflüssen geschützt und Korrosion hat dank der passenden Produkte von LiquiMoli keine Chance mehr.